Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich habe mich entschieden, doch noch ein Video zu machen zur aktuellen Situation. Ich hatte im Livestream am Sonntag schon ein kleines bisschen darüber erzählt, aber ich finde, ich muss noch ein Video dazu machen über die Hintergründe der derzeitigen Zeit. Ja, ich habe schon oft darüber geredet und wir haben jetzt im Augenblick auch die Energie im Universum, die Energie, so wie sie da ist, dass heftige Dinge passieren und dass auch ganz, ganz viele Dinge ans Licht kommen, die ans Licht kommen müssen. Wir sind noch nicht da. Es wird noch wesentlich mehr werden. Und ich hatte auch gesagt, dass heftige Dinge passieren werden. Und ja, es sind einige sehr, sehr heftige Dinge passiert. Einige haben auch wirklich, ich sage bewusst einige, es ist ja nicht nur eine Person, einige haben auch wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr große Schutzengel. Ihr wisst, auch ich hatte diesen gigantischen Schutzengel, als ich im Bus saß. Ganz andere Situation, aber hätte ein ähnlicher Effekt sein können. Danke all den Schutzengeln, die hier um uns herum sind, hier in diesem Video. Aber ich möchte auf die aktuelle Geschichte ernst, auf eine ernste Art und Weise, nicht nur Dankeschön, sondern auch auf eine ernsthafte Art und Weise eingehen, um zu zeigen, wie wir Menschen sind. Wie konnte so etwas passieren? Ihr wisst, worüber ich rede. Über die Rallye da in den USA und wo jemand versucht hat, diesen Menschen, der sich einsetzt für andere Menschen, der das nicht macht, ja, vielleicht ein Mensch in einer Machtposition, hat natürlich auch immer ein bisschen Ego, muss er ja machen, sonst funktioniert es ja nicht, aber der sich einsetzt für das Wohl, der sich einsetzen will für das Beste, der davon ausgeht, dass er das machen kann. Ich habe schon oft gesagt, er könnte sich zur Ruhe setzen, er hat mehr als genug Geld, er hat auch ein Alter, wo vielleicht andere sagen, ich setze mich zur Ruhe, aber er hat natürlich auch sehr viel Lebenserfahrung, Geschäftserfahrung und er hat dieses Bedürfnis zu sagen, ich möchte hier etwas tun. Das ist etwas sehr, sehr, sehr Positives. Wie konnte so etwas passieren? Das war die Frage, die ich mich zuerst gestellt habe und ich habe mich darüber unterhalten mit einigen sehr, sehr klugen Menschen. Und alle durch die Bank, alle durch die Bank haben ein Wort benutzt. Alle durch die Bank haben gesagt, Gleichgültigkeit. Sie haben das Wort Gleichgültigkeit benutzt. Und ich setze noch eins drauf. Wir können noch hingehen bis zum Thema Ignoranz. Und wir haben es auch in Videos gesehen, die Fakten, ja, die Fakten, die jetzt auf dem Tisch liegen. Natürlich sehen wir nie die ganz große Geschichte, aber das, was auf dem Tisch liegt. Es gab ja tatsächlich Menschen, die haben gesagt, da krabbelt einer auf dem Dach rum. Das ist irgendwie komisch, das ist vielleicht suspekt. Und es wurde nichts damit getan. Das Mindeste, ja, bei einer solchen Geschichte, bei einem Mann, der so in der Öffentlichkeit steht. Und in der derzeitigen Situation hätte ich natürlich als Sicherheitsmensch sagen können, na, den müssen wir mal einmal fragen, hey, was machst du da oben auf dem Dach? Komm mal runter. Dann hätte man sofort gewusst, was der im Schilde führt. Aber nein, es wurde nicht gemacht. Ja, ja, beruhigt euch, da ist einer oben auf dem Dach. Und einige sagen so, oh, das war geplant. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Sie wissen es auch nicht. Aber was hier ein ganz wichtiges Wort ist, ist tatsächlich dieses Wort Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, es geht nicht darum, wer den Plan hat oder wer nicht den Plan hat, die bösen Absichten, derjenige, der etwas tun will. Es geht um das Thema Gleichgültigkeit. Und die Zuschauer, die Teilnehmer, die Bürger, die da waren, die die Rede hören wollten, die waren nicht gleichgültig. Die haben das gesehen, die haben gesagt, hört man auch auf einem Video sehr gut, die haben gesagt, hey, guckt mal dahin, da stimmt was nicht. Nicht-Officer, hört man ganz deutlich in einem Video. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit, ja, was interessiert mich das? Ja, das wird schon nicht sein. Ja, vielleicht steckt hinter dieser Gleichgültigkeit System. Vielleicht steckt auch diese Gleichgültigkeit, dass ich gleichgültig bin, bestimmten Situationen und Menschen gegenüber und anderen nicht. Ich kenne auch viele Menschen, die mir sagen, gerade jetzt in der Zeit, die sagen, ja, ich kümmere mich gar nicht mehr darum, was meine Nachbarn machen. Ich will nicht, wenn da was passiert auf der Straße, da gucke ich lieber weg, da laufe ich lieber daran vorbei, denn wir wissen ja nicht, was da passieren könnte. Diese Gleichgültigkeit hat Einzug gehalten in unsere Gesellschaft. Nicht nur im Westen, nicht nur in Europa, nicht nur in den USA, auch in vielen anderen Ländern, auf anderen Kontinenten. Gleichgültigkeit ist genauso wie Einsamkeit, wo ich schon oft drüber gesprochen habe und wo ich auch noch viele Videos zu machen werde. Gleichgültigkeit und Einsamkeit, das sind Themen unserer Zeit. Jeder von uns kann etwas an diese Gleichgültigkeit tun. Und dann Gleichgültigkeit, hingehend fast zur Ignoranz. Ja, was interessiert mich der Nachbar? Ja, nee, halte ich da raus. Ja gut, da krabbelt einer auf dem Dach. So what? Passiert mir ja nichts. Das wissen wir nicht. Versucht wirklich bewusst umzugehen mit dem Thema Gleichgültigkeit und versucht wirklich zu schauen, wo kann ich etwas ändern? Wo ist meine Aufgabe gefragt? Zu sehen, da liegen drei Zettelchen auf dem Boden. Da liegt etwas auf dem Boden. Das ist Schmutz. Geht mich nichts an, haben andere Leute dahin geschmissen. Wenn ich spazieren gehe, ich habe das oft am Strand gesehen, bei sehr bewussten Familien, wo die Kinder beim Strandspaziergang eine Plastiktüte mitnehmen. Hat nichts damit zu tun. Auf welche politische Seite sie stehen. Es hat etwas damit zu tun, mit dem Thema Verantwortung übernehmen. Gemeinsam Verantwortung übernehmen für uns. Für das Wohl der anderen, für das Wohl meiner Nachbarn und damit natürlich auch für mein eigenes Wohl. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die absolute Möglichkeit einzugreifen, die Gleichgültigkeit aus der Welt zu schaffen. Aber es liegt wirklich, es ist bei mir. Was tue ich daran? Und dann habe ich übrigens nochmal darüber nachgedacht. Die Geschichte. Ja, wir können all die verschiedenen Präsidenten in den USA hervorrufen, wo das passiert ist, wo man das versucht hat. Aber auch bei uns in den 70er Jahren. Sagt euch das noch was? Dieses Wort Bader. Bader. Und dieses Wort Meinhof. Ja, diese Gruppe. Als Kind hat mir das Angst gemacht. Ja, ich war damals noch sehr jung in den 70er Jahren. Und es hat mir Angst gemacht. Weil ich dachte, oh, da sind Leute, die gehen hin und die bringen einfach so irgendwelche Leute um. Ja, weil sie gegen ein System waren. Weil die Leute so reich waren. Weil sie so viel Macht hatten. Ein Banker war dabei. Ich glaube, es war sogar auch ein Richter dabei. Und es waren keine Menschen, wie das jetzt in den Niederlanden auch passiert ist, bei dem letzten Prozess, ja. Wo es wirklich ein heftiger Typ war. Dem ging es nur um Eigeninteresse. Dem ging es nur um seine eigenen Interessen. Ja, das war jemand, der da, der sitzt immer noch übrigens. Der wird auch vorläufig da nicht freikommen. Aber da ging es nicht um das eigene Interesse in dem Sinne, dass es nur um mein eigenes Business ging. Es ging angeblich um ein vorgeschobenes, größeres Interesse. Ja, gegen den, ja, gegen den sogenannten, gegen die sogenannten Bonzen. Das war damals und es hat genauso stattgefunden. Und es gab auch in den Niederlanden, auch in den 70er, 80er Jahren, die sogenannte Kraker-Szene, die Hausbesetzer. Die haben Bürgermeister und andere Menschen in den Niederlanden wirklich heftigst bedroht. Das sind Dinge aus der Geschichte, die wir nicht vergessen sollten. Geschichte ist immer wichtig zu gucken, genau hinzuschauen und nicht gleichgültig zu sein. Wie die Bürger dort es getan haben. Sie waren nicht gleichgültig. Aber Gleichgültigkeit passiert auch dann, wie gerade gesagt. Wenn ich zum Beispiel nur an mein eigenes Interesse denke und glaube, ja, wenn denen was passiert, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm. Es gibt Menschen, die so denken. Ja, nee, da mache ich jetzt lieber mal nichts. Oh, da sehe ich, da könnte etwas passieren. Das mache ich lieber nicht, dass ich was sage. Vorsicht! Ursache und Effekt. Und da kommt auch nochmal das Wort, wo wir auch gerne hier darüber reden, das Wort Karma. Alles prallt wie ein Boomerang zurück. Und jetzt sehen wir, dass der Boomerang so zurückprallt, dass natürlich derjenige ein Held geworden ist. Tja, so ist das manchmal. Ich bin so gespannt. Und ich möchte hier zu euch sagen, seid nicht gleichgültig. Seid nicht ignorant. Schaut genau hin. Übernehmt Verantwortung. Auf positive Art und Weise. Positiv. Nicht dem anderen etwas schaden wollen, sondern wirklich das Beste für uns alle. Was ist das Beste? Mein Bauchgefühl sagt mir meistens, was das Beste ist. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.